hey leute und willkommen zurück zu let's play ww mit unserem paladin ja was haben wir letzte woche gemacht wir haben ein paar wikinger zerstückelt und da müssen wir jetzt noch fünf müssen wir noch zerstückeln die suchen uns jetzt mal schnell zusammen dass wir die aufgabe auch erledigt haben da haben wir drei weitere aufgaben erledigt und mal gucken was unteroffizier und als nächstes gewicht glaubt da gibt es bestimmt noch ein oder zwei folgeaufgaben die wir uns stellen werden ich habe uns mal für eine dungeon angemeldet aber irgendwie findet sich kein heiler mal gucken vielleicht findet sich gleich noch einer dann könnten wir auch noch eine instanz machen mal sehen so zack dann immer einmal zerstückeln zweimal zerstückeln und zwei brauchen wir noch dann immer euch beide ihr kämpft so schön dann könnt ihr auch zusammen sterben so zack und zack und dann wedeln war mal so zack zack haben wir sehr schön so dann mal aufmonten ach nee ach zerstückeln müssen wir ja noch haha nicht nur besiegen auch noch zerstückeln haben wir also und wie rufen wir denn jetzt noch mal gehen wir denn jetzt noch mal die aufgabe das müssten wir doch hier mit dem item genau wie gehen wir ein stückchen weg hier kommen her grüße so erste aufgabe abgegeben zweite aufgabe abgegeben dritte so so was haben wir hier noch nix dann müssen wir das zurückbringen das machen wir noch mal schnell ja wir können auch mal schnell nach da oben fliegen gleich den flugpunkt und fliegen halt mit dem greifen meister fliege mal zurück bevor wir jetzt zurückfliegen und wieder nach da fliegen dürfen machen wir das mal schnell so machen wir mal autopilot richtung passt so ja ist klar er schießt schießt immer noch so dann wollen wir mal gucken da machen gehen wir jetzt als nächstes hin ich glaube hier unten könnten wir machen aber ich diese questreihe mit den robotern nenne ich es jetzt mal oder herren der helfer die mag ich gar nicht oder wir könnten noch sagen wir geben jetzt die aufgabe hier ab und sagen gehen ins christi land das könnten wir natürlich auch machen wir haben hier genug gequistet gehen doch jetzt ins christi land tatatata was machen wir erst mal fliegen wir jetzt hier hin und geben die aufgabe ab machen wir die auch noch hier sowieso erstmal nichts mehr augen das kann ich nicht so jetzt sehen ich jetzt sehen mögen eure reisen sicher sein mögen eure reisend sicher sein also hier gibt man auch wenn man möchte das ja hier hin aus acht fallen gefangenen beutel sein kunden immer die aufgaben hier machen wir die auch noch hier ist sowieso erst mal nichts mehr aber wo ist denn hier der flugpunkt bin ich blind da war hier irgendwo unten da ist der flugpunkt gibt es auch noch so einige aufgaben die könnten ja schon mal annehmen so einmal ins gasthaus geht es die aufgabe die morgen jetzt nicht so mal gucken auf jetzt reinkommen ja schön okay so dann wäre das mal schnell die instanz mal machen ist die alles okay so machen können wir mal und da kommt er ja sehr schön in den stanz war ich auch schon lange überlegen wo wir überhaupt sind habe ich keine akku mehr stehe ich gar nicht aber noch spottet er die ganze zeit ich glaube die ganze zeit überhaupt noch keine akku also die akku so runter geschraubt dass ich es auch kaum noch halten kann stehe ich nicht hier geht es wieder bei den beiden da auch wieder nicht verstehe ich nicht dann sollen sie mal vielleicht nicht alle gleich rauf rotzen ach in der instanz und da ja ich war schon bescheid so den dicken auch gleich mit also alle mal mit und drehte der sich schon wieder um das verstehe ich nicht das verstehe ich echt nicht ach das war glaube ich doch die instanz wo dies eine event ist was so richtig nervig ist so dass er besiegt ja sehr schön da konnte hier ich verliere auch instant die akku das verstehe ich gar nicht so ein bisschen mitteilen so 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 wo habe ich denn schon die akku verloren stehe ich nicht ich habe kein ziel sie sind auch gleich tot kommt mal ihr her so 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 dann werden wir auch erst mal den bus links machen ich muss zuerst etwas an wie sie glaubt denn da unten da muss man immer außer fitze ziehen ich weiß das gar nicht mehr genau das ist echt schon so ewig her so so euch haben wir auch sehr schön so dann haben wir euch mal noch dazu zack 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 verstehe ich nicht warum ich schon dein akku wieder verliere hm so und es kreiselt so das kann man einfach ausmachen so dann wollen wir mal gucken zack tot sehr schön weiter geht's zack 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 l jetzt gesehen ganz alles blitzen feuer grün helles licht hier sieht man echt alles so geופg sehr gut so sind konnten kann werden ig ja in in so war es nicht ein bisschen viel ich glaube nicht ich brauche ein ziel so da müssen wir nicht lang wir können leicht zu den hier so noch dazu gepulten da kommen wir hier wo ich mit da müssten wir schon kurz vom ersten boss sein wie kann man denn wie die agro clown ich verstehe das nicht haben die ich zu viel an agro aufbau gebaut untergebaut so haben wir alle mal naja das müsste reichen ein bisschen weg dass wir auch was sehen ich habe auch immer noch nicht irgendwas drauf wo man so mal die damage anzeigen kann ach du brichst gar nichts was ist denn das ein todesritter ist er am spotten oder was baut er so viel auf das verstehe ich nicht hätte noch nie solche agro probleme so wo ist da ein tank hier drin verstehe ich nicht können wir mal betrachten betrachten frost ist frost nicht tank hm so da haben wir den ersten boss ranzoom so auch mal und auch mal hier herkommen ist sehr schön ich glaube frosty car ist einfach tank oder frosty car war das ein tank weiß ich jetzt nicht wo war es gut war es soll ich nur sagt gegen bogen umbangen das haben wir auf was ist der den haus ich habe kein ziel was kein ziel da ist heute ist klar den großen so ich glaube darauf ihr seht das in den cloud trotzdem verstehe ich nicht das verstehe ich nicht der sport hat doch das geht gar nicht anders so auch hier ist es egal wenn er mal die akku nimmt haben wir gleich beim nächsten was ich glaube die müsste man immer rausziehen oder reinlaufen ich weiß es gar nicht mehr ich habe kein ziel werden wir auf jeden fall gleich rausfinden so zack ja da müssen wir rauslaufen so viel vergeudete zeit wie ihr niemals zurückbekommt bringen wir die mal ein bisschen näher da müsste er mal rumlaufen passt das ja so viel vergeudete zeit wie ihr niemals zurückbekommt verstehe ich nicht warum verliere ich ständig die akku nachkommende spottet doch irgendwas macht er doch leben nicht er könnte ja mal in die kommentare schreiben was ich ich hoffe was ich falsch mache oder was jetzt geändert wurde mit dem patch ich weiß es nicht ich weiß es nicht was muss man hier einsammeln die großen riesen müssen wir töten ab zum nächsten großen riesen ich kann nicht mehr tragen ich weiß es muss man auch dringend mal ändern so lassen wir mal kommen Entschuldigung Entschuldigung so da kommt er da kommt er zack 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 oh ich hab jetzt 800 ey der spottet ich kann nicht von 800 akku auf 0 runterfallen ich fragte immer nach auch mir ist das egal also weiter denken so so machen wenn er will zack zack weiter geht's ach dann nehmen wir jetzt doch gleich die aufgabe an für hier vorne ne zack 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 wissen vor unsere nase zeit für ein paar antworten lasst uns loslegen warum starten die das schon wenn nicht alle angenommen haben man 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 das ist leichter nervige boss wir konnten ein paar mal drauf und hast gestanden bis weiter gelaufen das geht jetzt einfach gar nicht mehr vor allem derzeit werden ja auch die classic server richtig gehypt aber was ist classic so es ist wie früher würden sie es richtig machen wie classic und ich höre immer nur was erwartet euch auf classic was soll uns erwarten das ist level 1 bis 60 vielleicht passiert nichts großartig wenn sie alles machen wie früher langsam level die stadt nach sachen drinnen noch mal gucken so ihr könnt mich immer dort finden wo was los ist da kannst du da mal gucken gehen und wir beschützen nicht so machen hoffentlich geht das nicht immer nicht immer noch so lange wie früher ich habe es ja mal ein bisschen verkürzt hier im hand umdrehen das hört sich nicht gut an wir haben vielleicht ein problem oder zwei sicherheitsverletzung hier wollte also die harte tour was die habe ich am liebsten man kommen sie denn da kommt der erste jetzt müssten ob ich große kommen borgelina auf gotter gotter sachen haben da kommen doch noch keine großen da noch müssen durch die großen kommen ich brauche ein ziel ich habe kein ziel könnte die quest bitte teilen noch ein paar minuten und ich werde so und was ist die gute nachricht zack so oh die sind einfach mir vorbeigelaufen hätte mich nicht umdrehen sollen hier habe ich jetzt die kollegen so müssten gleich die nächsten kommen man hat aber auch keinen balken wann das hier zu wenn es ich glaube das geht vier oder fünf minuten die nächsten so 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 gleich zu mir so 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 und schon der erste große jetzt kommen sie so 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 auch die nächsten vorkommen ich habe kein ziel so aber sehr schön ich brauche ein ziel es hat kommt zurück die alten magischen finder haben letztlich doch der scharbe machen wir uns jetzt an sich unsystem die aktiviert beginne speichersäuberung und Säuber? Nein, 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 nein. Das habe ich. Ah, das sollte helfen. Systembereit. Lebensform identifiziert. Willkommen, Brandbronze. Frage? Frage? Was glaubt ihr, wozu ich hier bin? Kaffee und Kuchen? Spuckt es endlich aus. Sagt mir, wo die Zwerge herkommen und fang ganz vorne an. Zugriff auf prähistorische Daten. Bestätige, Brandbronze. Am Anfang sind sie zum Hirten erschaffen. Das ist schön, weiter geht's. So, dann wollen wir mal wieder zurücklaufen. Ich hoffe, einer von denen hat ihn angesprochen. Halle des Hohen Vaters, okay. So, dann wollen wir mal. Sind wir auch schon weit? Level 70. Yeah. Sind es nur noch 50 Level? Hm. Doch noch so viele Level. So. Lauft, läuft. Hier kannst du nicht, bist nicht eine Priesterin. Kannst du nicht die Sachen auf den Boden legen. Mach dich nützlich. Los. Na, komm nicht, ich hole als erstes. Komm nicht stun? Ne, natürlich nicht. Ja, ist klar. Von voll aggro. Auf gar keine aggro mehr. Ach, mach doch, was du willst. Zack. Naja, stehen ja gleich vom letzten Boss noch ein paar Mobgruppen. So, haben wir, haben wir. So, zack. So, haben wir. Ich habe kein. Sehr schön. So, und weiter geht's. Da war ich auch noch eine Mobgruppe. Ich muss näher ran. Ja, aber ich hole mal auch noch. Uah. Das war der falsche Knopf. Egal. Zack. Zack. Nochmal, weil. Schildschlag. War der doch angesprochen. Gott sei Dank. Neugier muss gestillt werden. Die Antworten sind hier. Ich fühle es. Umhauf. Sehr schön. Und los geht's. Keine Sorge. Der alte Brand ist da. Kümmert euch um das Metallverhältnis. Schau mit der Maschine. Kommen Sie selber leuchtige Leben. Ihr könnt dem Fluch des Fleisches nicht entkommen. Ja, ist klar. Ich glaube, man hat einfach wieder so komplett die Akku. Der spottet bestimmt. Das ist ein bisschen kniffliger als vorher. Oh, verdammt. Da kommt was. Was in Madurans Namen hat das gemacht? Oh, was? Ich hab's euch. Ja, 44% hat er noch. Das war's. Ich bin immer ein Marsch. Nimm dies, glühne Eisenrohling. Wir können nichts mehr tragen. Das ist doch einfach lästig. Wir haben vielleicht die Eisenzwerge ausgeschaltet. Doch ich möchte nur noch das Sorge. Und man auch noch geben. Da halten wir noch noch schnell. Ich werde die Schmiele benutzen, um eine Ladung irgendeine zu schaffen. Die Wache stehen können. Aber unsere größte Herausforderung bleibt bestehen, Loken zu finden und aufzuhalten. So. Ja, Leute. Aber damit haben wir die Folge wieder abgeschlossen. Wir haben die Instanz fertig. Wir haben noch ein bisschen vorher, ein bisschen gequestet. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Mit einer weiteren Folge Let's Play WoW mit unserem Paladin. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da. Kommentiert fleißig. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.